Wir sind hier in der Alexander-Koppel-Schule in Solingen. Gestern Abend hat ein Mitarbeiter der Schule sich bei uns gemeldet, dass er bedroht worden ist, beziehungsweise dass es zu einer Drohung zum Nachteil der Schule gekommen ist, zu einer Bombendrohung in dem Fall. Wir haben den Bereich natürlich sofort aufgesucht und dafür Sorge tragen, dass hier keiner mehr auf das Gelände kommen kann. Heute Morgen bei Tageslicht haben wir dann jetzt mit den Durchsuchungsmaßnahmen begonnen. Dazu haben wir Kräfte der Hundertschaft eingesetzt, aber auch Diensthundeführer, die den Bereich abgesucht haben, um eben was Sprengstoffverdächtiges auch finden zu können. Jetzt haben wir etwa zehn nach elf. Der Einsatz ist inzwischen gelaufen. Meine Kollegen sind hier alle wieder abgerückt. Die Hunde haben alles abgesucht, die Kollegen haben alles abgesucht, in dem Gebäude, als auch am Schulhof, als auch im Bereich außen. Wir haben nichts Verdächtiges finden können. Die Ermittlungsarbeit im Hintergrund, die läuft natürlich weiter, um herauszubekommen, wer verantwortlich ist für diese Drohung. Den Hintergrund kann ich im Moment noch nicht benennen, ob es ein politischer Hintergrund oder irgendwas anderes ist. Das kann ich im Moment noch nicht aus ermittlungstaktischen Gründen sagen. Auch da kann ich im Moment noch nichts Genaues zu sagen. Der Staatsschutz ist ja letztendlich auch nur eine Abteilung innerhalb der Kriminalpolizei, der Polizei Wuppertal. Und die Kriminalpolizei Wuppertal ist mit den Ermittlungen jetzt betraut. Und wir werden eben auch versuchen herauszubekommen, wer verantwortlich ist für diese Drohung. Ja, ich habe sehr spät noch E-Mails angeschaut und vielleicht ist das ein Fehler, aber in dem Fall denke ich auch ein Vorzug, weil ich dann sofort die Polizei informieren konnte. Ich war schon ein bisschen erschrocken, weil in der augenblicklich aufgepeitschten politischen Lage ich das natürlich und alle anderen Stellen auch ernster nehme als sonst. Es gab eine Bombendrohung für unser Schulgelände. Wir haben einen Israel-Austausch, der jetzt gerade wieder starten sollte, der jetzt abgesagt werden muss wegen der Ereignisse dort in Israel bedauerlicherweise. Wir haben enge Kontakte zur Synagoge, zum Synagogenvorstand hier im Bergischen. Es gibt den Kippertag in Solingen und da ist unsere Schule jedes Mal beteiligt. Auch dieses Jahr wieder im September erst mit Schülerinnen und Schülern. Also wir zeigen da auch ganz eindeutig Flagge, ohne jede politische Handlung der israelischen Regierung für gut zu heißen. Da gibt es einen Bezug zu Palästina in der Nennung. Ja, ich bin um, ich glaube, halb zwei ins Bett gegangen. Viertel vor eins habe ich das letzte Mal mit der Polizei in Wuppertal telefoniert und sollte um sechs Uhr morgens wieder da sein. Das war ich auch, war kurz vor sechs hier, habe ungefähr drei Stunden geschlafen und seitdem lief dann ab sechs der Einsatz. Ich habe mich nachts noch hingesetzt, deswegen war ich dann auch erst um halb zwei im Bett und habe dann über unser Mail-Informationssystem versucht, alle zu erreichen. Alle Schüler, Eltern, Kolleginnen und Kollegen, die ganze Schulgemeinschaft, um deutlich zu machen, dass bitte keiner hier zum Schulgelände kommt. Klar war auch immer von Seiten der Polizei aus Hausmeister und ich sollten da sein und sonst bitte niemand. Also ich fand mich sehr gut aufgehoben, das war sehr professionell. Ich habe mich die ganze Zeit sehr sicher gefühlt. Nicht nur, weil ich dachte, naja, das ist eine ganz üble Geschichte, kein Schülerscherz, das habe ich schon ernster genommen, aber ich habe mich hier sehr, sehr sicher und gut aufgehoben gefühlt. Morgen geht es ganz normal weiter, da wird es sicher noch Hinweise geben müssen. Ich habe aber jetzt auch genug Zeit, dann noch eine entsprechende Mail an alle zu schreiben, für Aufklärung zu sorgen und hoffe dann, dass ab morgen wieder alles in ruhigen Bahnen läuft.